Du möchtest mit dem Intervallfasten beginnen oder bist schon dabei und fragst dich jetzt, wie es mit dem Kaffee am Morgen aussieht, auf den man natürlich nicht verzichten möchte. Ist Kaffee beim Intervallfasten erlaubt oder unterbricht man damit die Fastenphase und macht die gesundheitliche Wirkung des Fastens zunichte? Genau die Frage werde ich heute beantworten, deshalb bleib auf jeden Fall dran. Eine Sache möchte ich aber vorweg nochmal erwähnen. Beim Intervallfasten geht es ja in erster Linie um das Timing der Mahlzeiten. Das heißt, im Zeitraum der Nahrungsaufnahme von 4, 6 oder auch 8 Stunden, je nachdem wie man das Intervallfasten für sich auslegt, isst man bei den Lebensmitteln und Getränken, die man zu sich nimmt, sowieso nicht eingeschränkt. Es geht hier also nur um die Fastenphase, in der man eben keine Nahrung zu sich nimmt. Man könnte jetzt natürlich sagen, man legt das Essenszeitfenster dann direkt an den Anfang des Tages, damit man seinen Kaffee am Morgen trinken kann. Wir gehen hier aber davon aus, dass man erst später am Tag mit dem Essen beginnt, auf den Kaffee aber eben trotzdem nicht verzichten möchte. Beispielsweise, wenn man zwischen 10 und 18 Uhr alle Mahlzeiten des Tages unterbringt, möchte man ja trotzdem, wenn man um 7 Uhr morgens aufsteht, vor der Arbeit, Schule oder Uni, noch einen Kaffee trinken. Und da habe ich eine gute Nachricht für dich, Kaffee ist beim Intervallfasten erlaubt, denn er ist kalorienfrei. Gerade das ist in der Fastenphase der entscheidende Punkt, weil eine Kalorienaufnahme wichtige regenerative Prozesse wie die Autophagie blockieren würde. Kaffee ist aber nur dann kalorienfrei, wenn er schwarz getrunken wird. Auf Zucker und Milch sollten wir also auf jeden Fall verzichten. Bei Zucker ist das, denke ich, offensichtlich. Zucker verursacht eine Insulinausschüttung, die den Fastenstoffwechsel blockiert und somit die gesundheitlichen Effekte zunichte macht. Das Thema Süßstoffe ist tatsächlich umstritten, weil sie zwar nahezu kalorienfrei sind und man bei den meisten Süßstoffen keine große Auswirkung auf den Blutzucker- und Insulinspiegel feststellen konnte. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass sich Süßstoffe über unser Darmmikrobiom auf den Insulinstoffwechsel auswirken und sogar eine Insulinresistenz begünstigen können. Zu den langfristigen Auswirkungen von Süßstoffen auf die Gesundheit gibt es bislang kaum Untersuchungen. Deshalb würde ich auf Süßstoffe eher verzichten. Wer aber sagt, dass er auf den süßen Geschmack im Kaffee gar nicht verzichten kann, der macht mit Süßstoffen in einer angemessenen Dosierung aus der reinen Fastenperspektive heraus wahrscheinlich nicht so viel falsch. Bei der Milch im Kaffee ist es da schon wieder eindeutiger. Auf Milch sollten wir auf jeden Fall verzichten, weil Milch Kohlenhydrate in Form von Laktose, den Milchzucker, enthält. Da macht es auch keinen Unterschied, wenn man pflanzliche Milchersatzprodukte verwendet, weil die ebenfalls Kohlenhydrate enthalten und somit den Glucosestoffwechsel aktivieren. Schwarzer Kaffee ist aber wie gesagt kein Problem. Kommen wir mal auf die Wirkung des Koffeins im Kaffee zu sprechen. Koffein wirkt stimulierend und führt unter anderem zu einer Ausschüttung von Adrenalin. Adrenalin ist ein kataboles Hormon und führt zur Freisetzung von Glucosereserven aus der Leber und das führt zu einem Anstieg des Blutzuckerspiegels. Um diesen Anstieg wieder herunterzuregulieren, schüttet der Körper Insulin aus, weil das Insulin den Zucker in die Zellen transportiert. So eine Insulinausschüttung ist genau das, was wir in der Fastenphase vermeiden wollen. Es hat sich jedoch gezeigt, dass es nur dann zu so einem Blutzucker- und Insulinanstieg kommt, wenn der Kaffee mit Zucker oder zu einem kohlenhydratreichen Frühstück getrunken wird. Das hat sich in dieser Studie hier gezeigt. Hier hat man sich angeschaut, wie sich die Aufnahme von Koffein auf den Kohlenhydratstoffwechsel von Typ 2 Diabetikern ausgewirkt hat. Man hat den Teilnehmern morgens 30 Minuten nach dem Aufstehen Blut abgenommen und die Glucose- und Insulinkonzentration gemessen. Dann hat man den Teilnehmern 250 Milligramm Koffein verabreicht. Und das ist schon nicht wenig, denn wenn man von 40 Milligramm Koffein pro 100 Milliliter Kaffee ausgeht bei 250 Milliliter pro Tasse, dann entspricht diese Menge an Koffein schon zweieinhalb Tassen Kaffee. 60 Minuten später hat man dann erneut die Blutwerte gemessen und man sieht, dass es hier zu keinem nennenswerten Anstieg von Glucose und Insulin im Blutplasma gekommen ist. Dann hat man den Teilnehmern nochmal 125 Milligramm Koffein zusätzlich gegeben, zusammen mit einer kohlenhydratreichen Flüssigmahlzeit. Eine Stunde sowie zwei Stunden nach der Mahlzeit hat man dann erneut die Blutwerte gemessen. Hier sieht man, dass der Glucose- und Insulinspiegel in jedem Fall angestiegen ist, was ja auch logisch ist, nachdem wir etwas gegessen haben. Bei der Koffeingruppe war der Anstieg signifikant höher als bei der Kontrollgruppe. Insofern sieht man, dass es nur dann zu einem Blutzucker- und Insulinanstieg kommt, wenn wir Kaffee zu einer Mahlzeit zu uns nehmen. Ohne die gleichzeitige Aufnahme von Kohlenhydraten müsste man schon sehr große Mengen an Kaffee tränken, um den Insulinspiegel zu beeinflussen. Bei ein bis zwei Tassen Kaffee am Morgen muss man sich da keine Sorgen machen. Wer aber auf Nummer sicher gehen will, der kann auch auf endkoffeinierten Kaffee zurückgreifen. Insofern ist die Wirkung des Koffeins auch kein Grund, um auf den Kaffee in der Fastenphase zu verzichten. Schwarzer Kaffee ist nicht nur unschädlich für das Fasten, sondern unterstützt es sogar auf verschiedenen Wegen. Und zwar, indem er unseren Appetit verringert und uns so dabei hilft, die Fastenphase bis zur ersten Mahlzeit zu überstehen. Der Kaffee hemmt nämlich die Ausschüttung von Hormonen, die unseren Hunger regulieren, wie Lepzin und Grenin, und fördert gleichzeitig die Ausschüttung von Sättigungshormonen. Deshalb sollte man Kaffee aber nicht als Abnehmwunder ansehen, weil die Wirkung erstens nur für ein paar Stunden anhält und zweitens viele Studienteilnehmer die geringere Kalorienaufnahme nach dem Kaffeekonsum dadurch ausgeglichen haben, dass sie bei späteren Mahlzeiten entsprechend mehr gegessen haben. Für das Intervallfasten kann diese Wirkung aber durchaus hilfreich sein, weil es ja wie gesagt um das Timing der Mahlzeiten geht und unser Hunger am Morgen unterdrückt wird, sodass wir besser damit klarkommen, erst später zu essen. Zusammenfassend kann man sagen, dass Kaffee in der Fastenphase definitiv erlaubt ist, solange du ihn schwarz und nicht in Unmengen trinkst. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Wenn das der Fall ist, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniere diesen Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Vielen Dank!